Ach, nö. Boah, die kommen da niemals rechtzeitig hin. Ey, das ist zum Kotzen. Da ist dann ein Zombie. Weit und breit siehst du nix. Und dann kommt hier ein so ein blöder Zombie um die Ecke. Ja, geil. Ja, das werden die aber nicht schaffen. Die da oben werden so ganz ohne Unterstützung nicht durchkommen. Hm, wir sehen's. Schnatze, das machen die schon. Ja gut, der Soldat macht's nicht mehr, der Soldat ist hin. I need to build something. So. Können wir uns jetzt mal was leisten hier. Wie zum Beispiel das da. Gut, äh, das ganze Öl, ich weiß nicht, das brauchen wir momentan eigentlich eher weniger. Machen wir mal das hier und dann machen wir mal das hier und dann machen wir mal das hier. Wow, toll, hat sich voll gelohnt. Also, überhaupt nicht. Naja, sie halten sich ganz gut. Alter, an Tag 36 das erste Village of Doom ausräuchern, weißt du, also das ist ja... Das ist ja jetzt nicht so der Hammer. Wo kommen die jetzt her? Jetzt geht das Ding auch wieder drauf, oder? Ach, leck mich doch. Was ist denn los mit den Dingern? Da, auf die sollt ihr schießen. Immer auf die, wo es am wichtigsten ist. Alter. Boah, ich krieg grad einen Hass. So. Probieren wir es nochmal. Da, sowas dahin. Nee, ich merk, ich bin grad überhaupt nicht, überhaupt nicht für, für den Schmarrn hier gedrillt. Ganz und gar nicht. Liegen da irgendwo Steine? So, was fehlt? Es fehlen Arbeitskräfte. Ja, ich wollte ja hier Hütten aufrüsten. Was wir uns momentan noch leisten können. Was momentan überhaupt noch möglich ist. Wie kann ich mir die hier eigentlich auf den, auf den Platon legen? Über... Warte mal, ich probier mal die neuen. Nee. Nee. Die kann man sich überhaupt nicht auf den Shortcut legen. Oder gibt's dafür eine allgemeine Option hier unter Steuerung? Kamera, 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 Kamera. Nee, ich kann ja, ich kann ja nichts ändern. Ich kann ja das hier nicht anpassen. Warum kann ich das nicht anpassen? Weil ich... Ah, weil ich hier sagen muss, Custom. Ja, toll. Dann darf ich das alles wieder ändern. Äh... Kamera hoch. Nein, 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 nein. Kamera links. Kamera rechts. So, okay. Bürgermeister, Kolonie, Gesundheit, Flachen mit der Armee, Energieversorgung, Spieloptionen, Gruppen, 1 bis 8. Äh... Kategorie Kolonisten, Wunder, Energie, Handel, Militär, Ressource. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Kommandieren. Objekt platzieren. Erste Hilfe anwenden. Nee, ich glaub nicht. Das ist alles kommandieren. Reparieren, Gebäude, entfernen, abreißen, Produktion anhalten, Sammelnpunkt. Aufrüsten, zu, kommandieren. Uh. Ja, das ist ja schön und gut, dass das per U geht. Aber ich will ja irgendwie per Shortcut alle Häuser auswählen. Geht das nicht irgendwie? Warte. Da hab ich grad was von Häusern gelesen. Mist, wo war das jetzt? Bonus, Wunder, Energie, Militär, Ressourcen, Patrouillieren, Häuser, ne, 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 ne. Kommandozentrale ist klar. Flachermodus, Armea-Auswählen, Benutze, Menü, Energieversorgung, Spieloptionen. Äh, Kolonisten. Mit C. Ich versteh's nicht. Ich drücke C. Nichts passiert. Was ist denn, E-Energieversorgung? Ah ja, das ist der. Ich hab gar keine Ahnung, was C macht. Ich drücke C, nichts passiert. Ich halte C gedrückt, nichts passiert. Keinen blössen Schimmer. Boah, das wär krass, wenn wir den jetzt reparieren würden, ne. Also, das wär ja mal ultra krass. Und sag mal, wie groß ist bitte dieses Village? Das kann ja nicht angehen hier. Wo ist denn eigentlich der komische Tower? Ich hatte hier doch... Da ist er. Brauchen wir so erstmal nicht mehr. So, ich hoffe, der wird überleben. Oh, warte mal, da liegt Energie, oder? Her damit. Jetzt, hier kann ich jetzt sagen, uh, das macht er. Aber wie kann ich ihm sagen, dass er per Shotcut alle Häuser auswählt? Vermutlich habt ihr das schon beantwortet in dieser Folge, oder unter der letzten Folge, oder wie auch immer. Aber ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht schlauer. Gesundheit anzeigen, Armee auswählen, Benutzermenü anzeigen, Benutzermenü... Ach so, ja, Tabulator, klar. Dann gehen wir zur Pause, Spieloptionen, Gruppen... Kategorie Bonus, Kategorie Verteidigung, Kategorie Kolonisten. Also, warte mal, wenn ich jetzt sage Enter und dann C, wow, dann komme ich zu den... Dann komme ich zum Baumenü, zu den Hütten. Das ist aber auch nicht das, was ich will. Also, das sind die einzelnen Kategorien, das bringt mir aber nix. Patrouille, Angriff anhalten, bewegen, Stellung halten, verfolgen, Granate, erste Hilfe, Objekt platzieren mit T. Warum hat das ein Sternchen? Objekt platzieren, Sternchen mit T? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Funktion gibt es gar nicht, so wie ich das gern haben möchte. Oh, doch gibt es. Ah, man kann die neun... Es geht nur bis acht, okay. Okay, hätte ich mal besser aufpassen müssen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Platoon 3 und dann sage ich 3 und U und dann... Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt bin ich auch schlauer. Ja, jetzt bin ich auch schlauer. Ich nehme mal das Gold damit, ne? Und irgendwo wäre nochmal ein bisschen Strom nicht verkehrt. Ja, wobei, den lasse ich mal weg. Da traue ich dem Frieden nicht so ganz. Warteschleife voll, okay. So, jetzt bin ich gespannt. Stell den Tower hin. Ich will wissen, was da ist. Alter, what? Was ist das? Das ist kein Village, also kein Dorf. Das ist eine Großstadt. Holy shit. Holy shit. Gasthaus. Ne, will ich nicht. Äh, warte, wie wird das? Der da auf 3 und dann... Äh, geht nicht, weil wir keinen Strom haben. Cool. Äh, cool. Aber pass mal auf, wir könnten gerade mal unsere Verteidigungslinien wandern lassen. Äh, oder auch nicht. Wir können mal hergehen. Und die da so aufstellen. Okay, zieht euch mal einen Ticken zurück. Mir ist der Ansturm gerade etwas zu heftig. So, jetzt müsste es aber mal gehen, oder? Ja, wow, wir können drei Häuser aufrüsten. Und das war's dann wieder. Weil die Nahrung fehlt. Aber warte mal, ich habe ja hier noch gar nichts reingestellt. Kann ich da nichts reinstellen? Ach, da steht der im Weg. So. Was ist mit dem Wald? Den haben wir schon, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay. Krieg ich noch irgendwo... Farm reingedrückt? Nein. Sieht sehr schlecht aus. Ja, Alter, komm schon. 28, 29 Scharfschützen. Also, irgendwann, ne? Oh ja, schön. Was macht man noch? Äh, Schocktürme in der Mission. Ich glaube, Schocktürme wären vielleicht gar nicht so verkehrt. Hey, kann ich den reparieren jetzt? Nein, mir fehlt Öl. Warte mal. Das Gebäude hat keine Energieversorgung. Ach, Gott. Als sie um einen Nanometer fehlt, weißt du? Einen Nanometer. Alter Falter. Bis Tag 43 müssen wir das Ganze gesichert haben, ne? Oder zumindest irgendwie mal eine Mauer ziehen oder sonst was. So, kann man dich jetzt reparieren? Jo, nice. Okay, geht mal alle da ein bisschen vor. Ihr müsst da ja nicht so schüchtern rumstehen. Ihr könnt ja ruhig, ne? Warum geht da nix? Kein Stein. Warum geht jetzt schon wieder nix? Keine Energie. Ja, okay. Jetzt wird's mal Zeit für ein Kraftwerk. Ich hätte ganz gerne hier ein Kraftwerk. Kraftwerk und, äh, dann eigentlich nochmal eins. Oh, wey. Der fängt's Heizen an. Dann geht's jetzt rund. Wenn der jetzt hier ballert, dann geht's rund. Äh, aber wir sollten eigentlich genügend Verteidigung haben, um das hier aufrecht zu erhalten. Halten eigentlich du? So, der ist fertig. Wir brauchen, wir brauchen unbedingt mehr Strom. Unbedingt. Aber, Alter, wie schnell man auf einmal entwickeln kann. Kriegen wir hier vielleicht irgendwo nochmal eine Lagerhalle hin? Ne, grad nicht. Also, jetzt grad sowieso nicht, wie so aussieht. Guck mal, Pfeilhagel. Nice. Oh, da liegt Gold. Hol sich mal einer das Gold. Gold. Hey. So, kann ich jetzt eine Lagerhalle hier irgendwo hinzimmern? Hier oben. Ne. Ist alles zu eng. Da darf ich nicht hinbauen. Hier oben ist sowieso noch nicht sicher genug, weil, naja, hm, ne? Ich krieg jetzt hier echt keine zweite Lagerhalle hin. Willst du mich veräppeln? Der einzige Spot, wo es momentan ginge, wäre hier oben. Da hab ich aber ehrlich gesagt keinen wirklichen Bock drauf, weil... Aber, ja gut, bleibt mir anderes übrig. Wie, geht nicht. Mach halt. Halt. Ein Schockturm. Nein. Balliste wäre an der Stelle tatsächlich sinnvoller. So. Okay. Dann. Der ist mal am forschen. Da kriegen wir gerade nix raus. Dann können wir hier nochmal was aufrüsten. Dann kommen wir zumindest da jetzt mit dem Gold einkommen mal in eine ganz gute Richtung. So. Ja, ich glaub, Strom ist kein Problem mehr, ne? Apropos, ich hätt ganz gern nochmal Gold oder sowas. Hier liegt aber aktuell kein Gold rum. Da hinten liegen Steine rum. Komm, die holen wir uns. Nein, doch. Jetzt kommt mir wieder, weswegen ich eigentlich Schocktürme haben will. Und wir brauchen wieder ein bisschen Gold. Geht doch. Okay, wenn wir den da hinstellen, dann hätten die drei Schocktürme den ganzen Bereich abgedeckt. Dann könnten wir hergehen und hier eine fette, fette Steinmauer ziehen. Also, wenn man denn Steine hätte. Was wohl nicht so der Fall ist. Dankeschön. Dankeschön. Das ist so, ja, da unten wieder. Ey, das können Sie ruhig machen. Das ist mir wurscht. An der einen Stelle ist es mir ausnahmsweise wurscht. Wo stelle ich die Gießerei auf? Ich habe gar keine Ahnung. Wie nur ein Gebäude. So, das da will ich alles haben. Das, das, das. Halt die Steine da drüben. Unbedingt die Steine da mitnehmen. Okay, komm, Tag 42. Ich muss hier die Mauer raufziehen, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Wollen wir noch Steine? Wo kriege ich denn Steintürme her eigentlich? Hier war das, ne? Ja, mach mal hier mal zu. Und hier mal zu. Und hier wollte ich zumachen. Ähm, ja, ihr solltet da eigentlich schon vor Ewigkeiten rausgelaufen sein, ne? So. So, er speichert an der Stelle nochmal. Das ist aber sehr freundlich. Wir schicken die Bogenschützen schon mal irgendwie da runter. Ui, 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 ui. Okay, jetzt pass auf. Äh, ich brauche eine Gießerei. Dafür brauchen wir eigentlich euch hier. Wieso kann ich immer nur einen aufrischen? Weil ich einfach kein Gold habe dafür. Äh, äh, keine Steine habe. Nutz' ich doch gar nicht.